So, Leute, willkommen zurück zu Paper Mario! Oh yeah, im letzten Part haben wir die ultimative Kraft erhalten, den Peach-Strahl. Da unten sehen wir schon Peach's Gebet. Mal gucken, sind wir jetzt dazu in der Lage, eventuell Bowsers Kraft zu brechen? Twink ist jetzt mit am Start dabei und er ist jetzt rosa und hat die Kraft, seinen Sternstab aufzuheben. Was soll das? Die Kraft des Sternstabs ist erloschen! Nein! Okay, warte, ich brauche wieder deine Power. Hilf mir, Kleine. Sehr gut, danke dir! Die besten Voraussetzungen. Wir sind sogar voll geheilt. Ja, wir sind sogar tatsächlich voll geheilt. Ich weiß immer nicht, wie das Timing ist, um dieses Feuer abzuwehren. Irgendwie. So, Power-Hüpfer. Boing, boing, Damage. Ich habe vor ein paar Parts gesagt, der Stachelschutz-Orden ist irgendwie der wichtigste, aber gut, der Power-Hüpfer ist auch schon ziemlich wichtig. Keine Ahnung, ich habe immer diese gleiche... Eigentlich, im Endeffekt habe ich immer diese gleiche Orden-Konstellation. Bam! Abgeblockt. Mit deinem dicken Hintern kannst du dir auch nicht mehr viel ausrichten, Kollege. Guck dir mal deinen Schaden, deine KP an. Sie sinken rapide. Und sinken immer weiter. Glück! Heilen werde ich mich gleich trotzdem einmal müssen. Zack! Dieser Kampf ist doch nicht vorüber. Es ist doch nicht vorbei. Oh, abgeblockt mal ausnahmsweise. Sehr schön. Tja, ja, ja, Bowser. Watt nun? Aber jetzt seht ihr auch, warum ich den Kampf immer mit Watt mache. Es passt einfach perfekt. Sie kann Mario stärker machen und... macht ihm auf jeden Fall auch guten Schaden. Ungeachtet seiner Defensive. Boom! Ja, höre ruhig da. Irgendwie sieht Bowser, wenn er den Sternschirm hatte, voll das Babyface. Und da lacht er. Na, greifst du direkt an? Ne, machst du nicht. Mach da nicht mal. Beatstrahl! Kannst du direkt mal stecken lassen, Kollege. Los, helft mir, meine Freunde! Bom! Dr. 31 hat er nur noch. Wir haben es so weiter gebrauchen, weil kaum Items zu verwenden. Ey, irgendwie. Boom! Und weil ich sollte gleich mich vielleicht mal... Macht er schon wieder? Oh, er hält sich einfach um 30. Das kann man natürlich auch mal machen. Deine Angriffskraft hat sich normalisiert. Turbolader! Er macht hier einen auf Eiskönig, wie mir scheint. So, Bowser Baby, Bowser Confirred. Richtig. Wie viel Schaden mache ich denn so pro Zug? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht 30. Was kommt jetzt? Er benutzt das Ding gerade aber jetzt schön hart. Oh, wow, 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 wow. Okay, Kollege, so haben wir nicht gewettet. Den Himmelskuss bitte einmal. Yeah. Danke für die 20 KP. Er hält sich um 30, haben wir um 20. Okay. Ich habe allgemein weniger KP als er. So ist es schon alles... Geht alles mit gerechten Dingen zu hier. Boom! Das machst du jetzt nicht heilen wieder. Er macht wieder seinen Donnerangriff. Er macht seinen Schockwell. Ah, er hat Watt paralysiert. Das ist nicht gut. Bzw. ist er sehr unfähig. Ich mache drei Runden. Oh, je, 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 je. Mein Powerbonus ist weg. Mein Powerbonus ist weg. Das ist nicht so cool. Okay. Er hatte doch noch ein paar Tricks auf Lager. Das heißt, so schnell wird der Kampf doch noch nicht vorbei sein, Leute. Zu früh gefreut. Glück. Yay. Okay, macht sich wieder umsiegbar, glaube ich, oder? Äh, ja. Bom, 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 bom. Mit einer Sternenenergie. Ach, Bowser, mein Freund. Bowser, Bowser, Bowser. Hier, kriegst du einen Peach-Strahl ab. Watt muss wieder zur Besinnung kommen. Wir brauchen den Boost auf jeden Fall. Das machen wir zu wenig Schaden einfach auf Dauer. Sau, gib ihm die Kraft ab. Tja, eigentlich immer nur eine verlorene Runde. Und dadurch konnte Watt sich jetzt einen Zug mehr erholen. Im Endeffekt gar nicht schlecht für uns, dass er das macht. Er soll das am besten nochmal machen. Ach, ist das dein Ernst? Äh. Ich hab das Gefühl, das könnte noch eine Weile dauern. Bam. Sechs Schaden. Wir machen nicht allzu viel pro Runde. Ah, ich hab endlich mal abgeblockt. Sehr gut. Okay, aber dann hab ich jetzt auf jeden Fall genug Zeit, nochmal den Turbolader hier mitzugeben. Sehr gut. Plus Ains. Und der Power-Höpfer. Ich muss das Action-Command einfach häufiger hinkriegen. Aber irgendwie krieg ich's gerade nicht so wirklich oft hin. Nächstes Jahr hat mich platt. Was? Du kannst keine Items einsetzen. Ähm. Für wie lange? Krass. Das wusste ich nicht, dass das das macht. Na gut, er wird uns in dem Zug schon nicht umbringen. Hoffentlich. Ansonsten, ich hab ja noch einen Lebenspilz. Oder ein paar. Nee, ich krieg's echt nicht oft hin, das Action-Commando bei ihm. Das ist die Nervosität, Leute. Die Nervosität. Okay, wird gleich, glaub ich, mal Zeit, die ersten Items zu benutzen. Er macht sich wieder unbesiegbar. Okay. Er macht sich unbesiegbar. Der Orden mit den drei Items pro Kampf einsetzen, wär jetzt gar nicht mal so schlecht. So, der Patch-Strahl. Der heilt sich je gleich wieder um 30 und dann stehen wir da mit gewaschenem Hals. Das ist der Wegverlängerungs-Äh, der Wegverlängerungs-Bowser. So, Kollege. Kriegst du nochmal hier nochmal einen kleinen Elektroschock ab? So. Ich weiß halt auch nicht, ob wir ihn näher kommen, seiner niedrigen KP, wenn er es jetzt nochmal heilt. Ah, Mann, er darf Watt nicht kaputt machen. Er darf Watt nicht hauen, Leute. Sag mal, kann ich nie wieder... Ich meine, glaub ich, meine... Kann ich echt nie wieder Items benutzen? Das ist echt ein bisschen broken. Irgendwie... Ich mach mal Himmelskuss. Der heilt sich gleich eh erst mal. Ich bin grad echt ein bisschen schockiert, ne? Wenn ich jetzt keine Items mehr einsetzen kann, hab ich das auf jeden Fall volle Kanne verloren. Weil dann kann ich nichts mehr machen gleich. Das war jetzt erst mal meine letzte... Mein letzter Himmelskuss erst mal. Bitte, bitte, bitte Items. Oh, ich darf wieder Items einsetzen. Halleluja. Ähm... Mach ich das doch gleich mal? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich springe lieber auf ihm rum. So, gut. Ich dachte echt, das wäre für immer. Kurzer Schockmoment. Haha. So. Aber wir kommen näher. Auch wenn er sich jetzt wieder heilt. Ja. Ei, 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 ei. Bowser, Bowser, Bowser. Was machst du denn für Sachen? Ja, wir kriegen jetzt wenigstens zwei... ...ein, zweimal mehr hin. Und Besiegbarkeits-Bowser. Das sieht ja noch unbesiegbarkeits-Bowser aus. Jawohl. Okay. Dann werden wir... ...erst mal direkt wieder das Gedöns brechen. Wir werden brechen, Leute. Eine Güte. Ja, das zieht sich ein bisschen. Kein Wunder. Der hat halt 30 KP. Das ist eigentlich das einzig schlimme an ihm. Ja gut, das Items wegmachen ist auch schon echt übel. Ich denke aber, mit Watt werden wir jetzt lieber den... ...ne, ich greife lieber an. Aus dem Grund, dass ich im nächsten Zug eh erstmal ein Item benutzen werde. Ja, wobei. Ach, ne. Schon gut. Alles gut. Jetzt würde ich am liebsten eigentlich zwei Items benutzen. Ja, würde ich das jetzt gerne tun. Schon irgendwie. Aber ich kann es mir eigentlich leisten, einmal kaputt zu gehen zur Not. Dann wäre es nämlich jetzt nur... Äh, wo ist es denn? Ich werde jetzt nur das Gelee Royale benutzen. Bisschen, warte. Also, ich mache es jetzt so. Turbolader. So. Und dann werden wir jetzt nur dieses Gelee Royale benutzen. Wobei, eigentlich haben wir einen Sprung. Na ja, komm, dann benutzen wir den Sprung erstmal. Ich werde jetzt auf die Lebenspilze spielen. Dass ich möglichst wenig dadurch verbraten muss, mich zu heilen. Vergiftet, vergiftet, vergiftet. Ich habe wahrscheinlich nicht diesen Orden, indem ich super viel Schaden da machen kann, ne. So, jetzt muss ich das machen. Gelee Royale. Nom, 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 nom. So, von 0 Blütenpunkte wieder auf 45. Bin ich doch ganz froh, dass ich das so gemacht habe, ehrlich gesagt. Boom. Okay, und Besiegtkeitsbaus ist wieder am Start. Und gleich wird er sich wieder heilen, Leute. Das habe ich doch im Urin. Wie K.P. hatten der Kollege noch? 23. Also, ich glaube, wir kommen wirklich immer minimal näher dran. Gerade eben hatten wir einen unter... Haben wir auf 20. Jetzt gleich haben wir einen, wenn ich mit Watt gleich angreife, haben wir einen unter 20. Aber ich bin mir fast schon sicher, dass er sich gleich heilen wird. Haben wir den Danger Mario Orden noch an? Ne, der habe ich ausgemacht, oder? Yay, Glück gehabt. Und Dreck war Schaden. Ne, noch nicht. So, ich denke, er heilt sich jetzt wieder. Bam. Gut gemacht. Ne, macht irgendwas anderes. Ah, diesen Blitz. Okay, ich wäre jetzt down, aber das ist ja alles so geplant. Jetzt kommt nämlich der Lebenspilz. Genau, jetzt sind wir in einer sehr guten Situation. Eventuell. Ja, wobei. Ja, ich glaube, wir werden uns ein bisschen zu... Ah, mein Ding ist noch aktiv. Das ist natürlich super. Färger Glück, wenn ich jetzt nicht versaue, könnten wir ihn vielleicht besiegt haben. Ja, wobei. So wie ich es kenne hier mit den Events, ey. Wird ganz knapp nicht reichen. So, was? Ist los, zack. Und jetzt heilt er sich, oder? Ja. Nein. Okay, er ist down. Krass. Er hat sich... Hat's weggechokt. So, nun haben wir noch einen Lebenspilz, oder? Jetzt haben wir eigentlich kaum Items gebraucht hier. So viel dazu. Okay, kriegst sogar nochmal einen Power-Hüpfer hier. So, einfach nochmal auf rumspringen, weil ich's kann. Dass er noch ein paar extra Jumps bekommen. Oh Gott. Er blitzt und donnert und schrumpft wieder auf seine normale Größe. Tja, Kollege. Oh nein! Mario hat mich besiegt und wieder immer besiegt er mich. Diesmal war ich unbesiegbar. Und trotzdem hat er mich besiegt. Das ist dumm gelaufen, oder? Huh, verdammt! Das hat doch gut funktioniert im Endeffekt, Leute. Und da ist er. Der Sternenstab ist wieder... Ah, in unserer Besitzversicherung. Das heißt wieder. Er war noch nie in unserem Besitz, aber er ist wieder... Er ist jetzt in unserem Besitz, damit wir ihn zurückholen können. Du hast den Sternenstab zurückerobert. Oh, Mario. Mario, ich wusste, dass du mich retten würdest. Danke, Mario. Oh oh. Düm, düm, dada, düm, dada, düm, dada, düm, düm. Schon wieder. Ich war besiegbar. Wer hat mich besiegt? Ja, richtig. Das ist ja das Traurige da dran. Was? Wie? Ich bin wach. Was ist hier los? Das war die Teile des Plans. Explosionen, oh oh. Explosionen überall. Bowser dackert herum. Yo, Kevin Cooper, was soll dieses Beben? Äh, eure Hoheit, der Kaffee, Mario, war so heftig, dass meine neue Maschine ein wenig Schaden erlitten hat. Tja, äh, eigentlich ist sie völlig im Eime und die gesamte Energie wird in eure Festung umgeleitet. Es tut mir leid, euch das sagen zu wissen, aber sowohl eure Festung als auch dieser Ort hier fliegen gleich in die Luft. Wir müssen fliehen, mein böser König. Wir haben keine Wahl. Ähm, was? Bist du sicher? Das ist ein großes Problem. Lass uns verschwinden. Äh, wie? Oh, tschüss, Bowser. In die Luft gesprengt. Das war's. Nein! Diese Explosionsgeräusche erinnern mich echt hart an die aus The Arena of Time, als Gannons Schloss explodiert ist. Okay, Leute. Eigentlich müsste Peaches Schloss jetzt auch echt ein Problem haben. Müsste wir doch fliehen? Ich weiß es gar nicht. Das war's für die Festung. Wo sind wir eigentlich jetzt hingekommen? Irgendwo sind wir gerettet haben. Oh Gott. Oh, Bauders Festung ist einfach wegteleportiert. Ach, und die Sterne haben uns natürlich gerettet. Das kann man ja auch wie Zeldas Wiegenlied. Was zur Hölle? Aha. Aha. Ach, wie schön, Leute. Ach, da sind wir. Armer Bowser. Das wird teuer, glaube ich. Das wird teuer. Hahaha. Bitteschön. Der Sternenstab extra für euch. Oh Mario, ich danke dir. Du hast es geschafft. Du hast unseren wertvollen Sternenstab zurückgebracht. Ich danke dir aus ganzem Herzen. Wir werden ihn dazu verwenden, den Friedenbier in unsere Welt zu bringen. Hahaha. Jetzt können wir endlich wieder alle Wünsche erfüllen. Das ist alles nur dir zu verdanken. Ah, wenn du den nächtlichen Himmel blickst, soll das Glitzern der Sterne das Lob für deinen Mut sein. Sieh die strahlenden Funken und sei dir unserer Dankbarkeit gewiss. Ich danke dir, Professor. Du hast vieles leichter gemacht. Du hast das Bowser ordentlich gezeigt, Mario. Du hast es ihm richtig gegeben. Deine Kraft ist beeindruckend. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ah, Mario. Sei dir versichert, dass wir deine Bemühungen sehr zu schätzen wissen. Es muss alles sehr schwierig gewesen sein. Wir werden es dir nie vergessen. Ich hoffe, Bowser hat eine Lehre aus dieser Niederlage gezogen. Vielleicht benötigt er sich jetzt endlich... Glaubt er ernsthaft? Obwohl ich glaube, dass die Chancen dafür eher schlecht stehen. Aber was soll's. Der Volker Bauer, Worte können nicht beschreiben, wie dankbar wir dafür sind, was du uns für uns getan hast. Die Hoffnung ist nun sowohl in den Sternenhafen als auch ins Königreich zurückgekehrt. Wir stehen in deiner Schuld, Mario. Und Twink, ich muss sagen, du hast dich mehr als du bewährt. Du hast bewiesen, dass du ein erwachsener Stern bist. Tiii, ach, hört auf. Nun, ich glaube es ist an der Zeit, wir haben Sternenhafen, um zurückzukehren. All die anderen Sterne warten schon auf uns. Die Zeit ist gekommen, voneinander Abschied zu nehmen, Mario. Mögen die Sterne für alle Zeiten über dir strahlen. So, Leute, das war der Prolog. Und jetzt geht das Spiel los. Das wäre nochmal was. Ein Prolog, der... Keine Ahnung, wie viele Parts waren das jetzt. 60 oder so. Sechs Parts langs geht. Parts langs. Wat? Mario, auch ich möchte dir danken. Und Prinzessin Peach, es war mir eine Ehre, dir in Zeiten der Not beizustehen. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Doch jetzt muss ich mich bemühen, ein guter Stern zu werden und die Wünsche der Leute zu erfüllen. Aber bitte nur die Guten. Na, nachher wünscht es Pause wieder. Er will den Sternenstab haben. Ich danke dir, Twink, vielmals für deine Hilfe. Du bist mir stets ein guter Freund gewesen. Prinzessin Peach. Ich, ich. Ach nichts. Ich muss jetzt gehen. Vielen Dank, Mario. Ich werde dich nie vergessen, Prinzessin Peach. Auf Wiedersehen. Tschüss, Twinkle, Twinkle, Little Star. Tschüss. Und das war's, Leute. Frieden kehrt ein. Die Sterne leuchten wieder. Bowser hat keine Macht mehr. Da kehren sie alle zum Sternehafen zurück. Ich würde die Gamma häufiger besuchen kommen. Das war nämlich ein ziemlich schicker Ort, so wie das da aussah. Und da sind sie alle. Inklusive dem kleinen Twink. Hallo, na? Oh, so war das also. Das hat die Sterne. Ich darf aber auch zurückerobert. Ja, und Luigi hat... Wir wissen ja, dass Luigi auch gerne auf dem Abenteuer gewesen wäre. Schade. Jetzt ist Luigi-Modus freigeschaltet. Das wäre doch was. Sieht's aus, hättest du wieder einmal Geschichte geschrieben, Bruder. Der Palast steht wieder an seinem alten Platz und alles im Wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Und du hast es guter Letzt wieder geschafft, so wie du es immer tust. Na, du bist zwar schon seit ein paar Tagen wieder zurück, aber ich werte, du fühlst dich, als ob du noch immer auf einem Abenteuer-Trip wärst. Ja. Nachher übrigens, deine Freunde, die mit dir gereist sind, ich frage mich, was sie jetzt wohl machen. Stimmt, ne? Wo sind Sushi und Watt und Gubario? Alle anderen. Hi, na? Gubario! Oh, hi, na? Paracary, was geht ab? Hey, Paracary, was gibt's denn? Ich dachte, du würdest wieder Briefe zustellen. Na, das mache ich auch. Dieser ist keine Höflichkeitsbesuch. Ich bin hier, um dir einen Brief zu überbringen. Es ist von Prinzessin Peach. Wie, von Prinzessin Peach? Wow, was sie mir wohl schreibt? Wie ist sie in Form, findet sie heraus. Ich muss doch mehr Briefe zustellen. Denn danke, Paracary. Bis dann, arbeite fleißig, Kumpel, und pass auf dich auf. Wie kann er diesen Zettel halten? Mit seinen Zähnen. Hey, Gubario, was ist Prinzessin Peach geschrieben? Lass mich sehen. Was ab, Gubario? Huch, das Jailan zu einem Empfang im Palast. Hier steht, die Prinzessin gibt einen Empfang und ich bin dazu eingeladen. Wow, wow, wow. So geht Paracary Einladung und an alle Bewohner ab. Irgendwie hat sie so, warum bin ich nicht eingeladen? Verdammt, nochmal. Ja. Lady Boona so, ausgezeichnet. Ja, Beste. So, ho, ho, ho. Oh, warte. Wer hat einen Brief für warte? Ja, Paracary selbst, okay. Ich dachte, das Ganze über Mundpropaganda, als Zutschi da oben in einem Brief, das sieht so cool aus. Was soll das, Kinder? Hört auf, hier rumzurennen. Es wird in den Gängen nicht gerannt. Jedenfalls glaube ich, dass sie gerade rumstressen. Es sah ein bisschen so aus. Hey, Lucky Lester. Du warst sehr hilfreich. In zwei Bosskämpfen, muss man dir mal echt zugute halten. Beim Eiskönig und gegen den Windtypen. Ach, Colorado. Der kann ruhig, der muss nicht dabei sein. Ah, ja, Coupé. Der muss natürlich dabei sein. Also da, Gentlemen, es ist eine Zeit, Frostingen, Höhe zum Kristallpalast zu erklimmen. Geht nicht. Ich habe die Barrikab eine Barriere erzeugt. Na gut, du musst einfach neue Items reinlegen. Absch, sagen wir es denen nicht. Coupé, und du übernimmst die Führung. Deine Erfahrung ist von höchster Wichtigkeit für den Erfolg unserer Expedition. Ja, aber lass das nur mir. Ich kenne den Ohr wie meinen eigenen Panzer. Coupé! Na, äh? Barakary, was führt dich hierher? Ah, endlich geschafft, Mann. Ich habe einen Brief für dich von Prinzessin Peach. Hm? Tja, dumm gelaufen. Was? Jetzt kann er nicht mehr auf die Expedition. Oh, wow. Das ist eine Einladung zu einem großen Empfang am Pilzpalast. Sie kommt von der Prinzessin persönlich. Da ist sogar ihre Unterschrift und ihr Siegel und alles. Kummel. Auf keinen Fall darf ich das verpassen. Aber, hm, aber ich kann mir die Expedition nicht einfach den Rücken zukehren, nachdem ich Professor Colorado mein Versprechen gegeben habe. Ich sollte hierbleiben und... Du Dummbarts, Holzbörner, sei nicht so blöd, Junge. Solche Einladung abzulehnen wäre schrecklich unhöflich. Das ist eine einzigartige Gelegenheit. Du gehst sofort zu diesem Empfang. Verschwende keine weiteren Gedanken an mich. Er ist vernünftig, immerhin. Der Empfang wäre ruiniert, wenn der Held von Cooperheim... Nein, der Held des gesamten Königreichs nicht anwesend wäre. Wie? Ich wusste, Sie würden das sagen, Professor Colorado. Sie sind großzügig. Ich werde gehen. Ich hoffe, ihr Leute kommt auch ohne mich zurecht. Ich gehe auf den Empfang. Wenn ein Paracruper geboren wird, ist es dann random, ob er Flügel kriegt oder wird das wohl von den Eltern vererbt? Und wenn ja, rezessiv oder eher nicht? Hm. Oh, Colorado, für Sie habe ich auch eine Nachricht. Mag es nicht, nach Hause zu kommen, du streunender Hanswurst und nicht so zügiger Ehemann? Das war eine Nachricht von ihrer Frau. Ah, das hat sie eben gesagt. Okay, Colorado, Sie sind schon wieder auf Expedition gegangen, ohne ihrer Frau Bescheid zu sagen, habe ich recht. Junge, war die wütend. Oh, meine Güte! Papyracrupercary, warum hast du das nicht gleich gesagt? Das ist eine Krisensituation, alter Junge, ich muss so schnell wie möglich da haut er zurück. Tja, jetzt stehen die zwei da und gucken dummer aus der Wäsche. Die machen sich das auch hier. Die machen jetzt einen schönen Abend jetzt hier zusammen. Hello. Was? Hast du draußen noch etwas gehört? Ich nicht, ich sehe mal nach. Was steht da hinten? Mario Level Irgendwas? EP? FP? Hey Bruder, warte mal, Papyracrupercary war gerade hier und hat einen Einer zum Einfachen von Pratsa Beach gebracht. Ja, diesmal aber, wie am Anfang. Er sagt, er sei auch eingeladen und er würde uns treffen, wenn wir im Palast eingetroffen sind. Und jetzt sollen wir auch los. Okay Leute, auf so einem Palast würde ich sagen, oder? Mario, warum steht da nicht nur Mario drauf? Warum nicht Mario und Luigi? Das ist schon ein bisschen fies. Das ist mir nie aufgefallen die ganze Zeit. Und das ist doch jetzt, Leute, ein Grund zum Feiern. Die Prinzessin ist zurück. Okay, hör zu, Mario, ich laufe voraus. Es gibt doch etwas Wichtiges, was ich tun muss. Um was geht's? Tut mir leid, Bruder, das ist streng geheim. I see, wahrscheinlich würde er jetzt für das, würde der neue Schurke werden. Guck mal, hier stehen sie alle, die Familie von Gumbario und Quizmo ein bisschen Quiz machen. Quiz, ich bezahlte Kumpel, wer ist mit deinem Quiz? Ach, war nur ein Witz, genieß einfach den Empfang. Okay Leute, genau das werden wir tun. Wir gehen zum Empfang ohne große Umschweife. Da ist Colorado und seine Frau, hallo da. Ich schwöre, dass Colorado schreibt es mir, die Wahnsinn, denn ich heiße, die Freude, die Welt, die andere, 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 Wissentlichkeiten gekommen. Ich kann von mir nicht gerade behaupten, dass ich deswegen irgendwie aufgeregt wäre, mein Herz scheint sich in so einem Kristallpalast zu sehen. Ja, so viele Mysterien warten noch auf mich, meinen brillanten Verstand. Du was für ein Schwert, du verstehst meine Sehnsucht, nicht wahr, alter Junge. Ist okay, Colorado ist okay. So, guck mal mal, ist der Palast wieder da, wo er hin soll? Ja, oh wow, hier ist aber eine, alle sind da, Leute, alle sind da, da ist der Yoshi-Häuptling. Schön. Und da sind unsere ganzen Partner. Mario, willkommen in den Palast. Prinzessin Peach muss jeden Moment hier sein. Meine Damen und Herren, Prinzessin Peach. Yeah, sie hat sich auch ruhig mal schick machen können für diesen besonderen Anlass. Sie sieht aus wie immer. Also Prinzessin, please. Seid mir alle gegrüßt. Ich bin sehr froh darüber, an diesem besonderen Tag so viele Gäste begrüßen zu dürfen. Der Sternenstab, den Bowser gestohlen hat, befindet sich nun wieder an sicherem Sternenhafen. In unserem wunderschönen Königreich herrscht und wieder Frieden. Ich habe mich immer gefragt, ob es eigentlich auch eine Königin gibt, wenn es eine Prinzessin gibt. Die Sterne über uns leuchten noch schöner und heller denn je zuvor. Es scheint, als wolle sie uns so ihre Dankbarkeit zeigen. Mario, Gumbario, Coupé, Bombette, Parakery. Wissen die doch alle? Äh, ja. Okay. Boo, Watt, Sushi, Lucky Lester. Die ersten Zeilen, Boo, Watt? Klingt so, klingt wie so einfach so ein Ausdruck von Überraschung. Boo, Watt? Und all meine Untertanten im gesamten Königreich. Nur dank eurer Bemühungen herrscht wieder Frieden. Ja, stimmt hier, diese Familie der lustigen Zauberer da. Hat mir auch stark geholfen. Mein Dank sei euch gewiss. Ohne euch wäre dieser Tag niemals gekommen. Ich hoffe, das Königreich wird nun für lange Zeit den Frieden genießen können. Vielleicht sogar für immer. Das ist mein Herzenswunsch. Wer es glaubt, Leute. Sie ist so naiv. Und nun lasst uns feiern. Genießt das Fest, aber für heute, genau, für heute machen wir richtig einen drauf, Leute. Ja, oh Gott, das macht der Gecki da mal. Wir müssen mitmachen. Sammelt die Energie. Ich weiß noch nicht für was, aber scheint wichtig zu sein. Ah, für die Credits natürlich. Dumdi-Dumdi-Dum. Okay, Leute, es gibt eine Parade. Und Luigi führt sie an. Jetzt wissen wir, was Luigi noch zu tun hatte. Luigi führt die Parade an. Dum, 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 Dum. So. Und da haben wir die Parade, Leute. Alle Leute, die rumlaufen, gleichzeitig gepaart mit den Credits. Ach, ist das schön, Leute. Paper Mario Staff Credits. Ah, schön. Und da kommen sie nochmal alle durch. Die sind so schön gestaltet. Ich liebe das. Ach, in diesem Sternbuch. Oh, das ist aber ganz schön groß. Der Lucky lässt da so. Ja, ja, hi. Sushi springt da rum. Konfetti von Paracaribu lacht sich kaputt. Okay, es sind alle acht. Ich habe nur kurz geguckt gerade. Ja, Leute, Credits time. Wunderschön. Und das war Oh Gott, Stimme. Paper Mario für den N64 erschienen, beziehungsweise wir haben es auf der Virtual Console gespielt, aber ursprünglich erschienen für den N64 vor 16 Jahren, oder war das? 2000 kam das Spiel raus, glaube ich. Ja, die Cooper sind auch wieder mit am Start. Sehr gut. Hallo Cooper Brüder. Na, herrlich. Einfach sehr, sehr gut, Leute. Ein großartiges Spiel. Oh, oh. Und Boom. Ich will die ganze Zeit gucken, was da eigentlich abgeht im Hintergrund. Ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, hier was zu sagen, aber ich muss es tun. Der See bewegt sich übrigens. Ein Zaubersee. Ja, Leute. Paper Mario. Ein großartiges Spiel. Eines der besten Mario-Spiele überhaupt. Ähm, ich mochte den zweiten Paper Mario Teil lieber, aber der hier ist auch sehr gut. Und zwar sehr schön, die Erinnerung mal wieder aufzufrischen. Das ist so ein zweistelliges Schwert. Ich würde mich interessieren, wen fandet ihr besser? Den ersten Teil? Also wen? Fandet den ersten oder den zweiten Paper Mario besser? Ich glaube, der erste ist beliebter. allgemein gewesen, ich meine schon. Ähm, also in den, in Part 1 wurde da, glaube ich, eine ähnliche Diskussion geführt. Ha, herrlich. Was kann ich sagen? Ja, großartiges Spiel, wunderschöner Humor und tolle Quests. Es war manchmal zwar eigentlich genau genommen nur von A nach B laufen, ne, aber das ist es ja eigentlich oft in, in RPGs, sage ich mal. Deswegen immer schön, wie das hier mit Leben gefüllt wurde. Das siebte Kapitel, mein absolutes Lieblingschapter überhaupt. Herrlichst. Ich wurde schon gefragt, ob ich Teil 2 noch spielen werde. Ähm, oh Gott. Tuber, blubber. Er wird gerade noch getragen von denen. Achso, sein Herz ist eigentlich drin. Sehr schön. Ähm, ich wurde gefragt, wow, ich wurde gefragt, ob ich Teil 2 auch noch spielen möchte. Ähm, weiß ich nicht. Demnächst erstmal nicht. Ich habe jetzt demnächst mal andere Projekte geplant. Ich schließe es nicht aus, aber ich kann euch da jetzt noch nichts versprechen. Ähm, kurze Meinung aus dem Chat. Aus dem Chat ist Teil 2 ganz klar führend. Wie gesagt, dem schließe ich mich auch an, aber nichtsdestotrotz ein großartiges Spiel. Paper Mario 64 hat eigentlich einen richtig guten Stein ins Rollen gebracht. Ich meine, ich will jetzt keinen Schluss erzählen, aber ich meine, es war ja auch irgendwie so was wie der inoffizielle Nachfolger von Mario RPG für Super Nintendo damals, ne? Ich meine, Mario RPG war jedenfalls das erste Mario RPG. Ähm, und dann kam halt später jetzt hier, viele Jahre später kam dann halt auch Paper Mario. Mario und Luigi-Reihe sind ja eigentlich auch RPGs und so weiter und so fort. Ich war sehr schön. Ich mag die Mario RPGs sehr gerne. Und ich würde mir mal wünschen, ein Paper Mario Spiel in dem Stil wieder zu spielen. Mal gucken, wie Color Splash wird für die Wii U. Es soll ja wohl eher so sein wie Sticker Star, hieß es, glaube ich. Aber egal, noch wissen wir nicht viel darüber. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ähm, bei Paper Mario 1 und 2 sind ja relativ, also was heißt, sind einzigartig in den Paper Mario Spielen. Und ja, wobei, Sticker Star habe ich nie gespielt. Super Paper Mario habe ich allerdings gespielt. Oh gut, die fressen einfach die Wolke auf. Nom, nom, nom. Äh, wobei Super Paper Mario hatte ich nur durch. Aber egal, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fandet ihr dieses Spiel? Habt ihr es eventuell, dadurch auch das erste Mal erlebt? Kanntet ihr Paper Mario? Und ich habe es erst durch mich erlebt. Oder kanntet ihr es schon vorher? Und schon die Testing-Teams. Sehr schön. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Oder ob ihr es erst durch dieses Let's Play Projekt, oder diesen Stream generell kennengelernt habt. Würde mich mal brennend interessieren. Und natürlich gleichermaßen noch mit dazu, wie ihr dieses Live-LP an sich fandet. Ähm, ja. Wie geht's weiter, Leute? Habe ich weitere Projekte geplant? Selbstverständlich. Ähm, zum Zeitpunkt des Uploads hier müsste es eigentlich schon längst angelaufen sein. Wollen wir mal überlegen. Ja, doch, auf jeden Fall. Natürlich, ja. Also Fire Emblem Fates hat ja bereits gestartet jetzt letzte Woche oder vor ein paar Tagen auf jeden Fall. Und, ja, Arena Lutherburg ist ja bald auch wieder ein Ding. Wisst ihr Bescheid? Pokémon Perl also zusammen mit, und da Bowser ganz beleidigt. Pokémon Perl zusammen mit, oh Gott, der kleine Typ hier liefert sich ein Magic-Duell und Bowser wird verkohlt. Der arme Bowser. Ei, ei, ei. Also, Arena Lutherburg mit Pokémon Perl, Yo-Kai Watch und Fire Emblem Fates. Also, wir haben da einiges definitiv zu bieten. Demnächst und Bowser brutzelt die einfach nieder da, die zwei. Sehr schön. Und da sind sie wieder die hohen Sterne, Leute. Special Thanks. Nein, Controller, bitte macht das Bild nicht schwarz. Wir sind nur nicht fertig hier. Kommt, die Eiskunstläufer. Ja, eigentlich bleibt mir nicht mehr zu sagen hier an dieser Stelle. Wir können uns auch da die restlichen Credits ansehen. Ich glaube, wir sind aber auch schon fast durch. Wir sind jetzt hier gerade schon bei den Eisbewohnern. Wobei der Eiskönig kann eben auch schon mal... Boah, Leute, die Band, ey, die Band. Wir sind... Ich bin nicht in der Band. Und da fängt es an zu singen. Schön. Du bist nicht in der Band, Mann. Und oh Gott. Warum? Warum, Leute? Wollt ihr noch mal irgendwie meinen Trauma damit erwecken? So von wegen... Ja, guck mal hier, ne? Die Blüten. Erinnerst du dich noch an die? Ja, ich erinnere mich noch an die. Oh Gott, die Typen alle hier. Die sahen echt alle anders aus. Krass, ne? Ja, am nützlichsten war auf jeden Fall die Madame in Rosa da ganz rechts. Der ist einzig und mit einer relativ unterschiedlichen Farben verglichen mit den anderen. Na, die Sonne im Hintergrund lacht auch. Die ganzen Knospis. Special Thanks. Gehen weiter. Ja, kommen die kleinen Scheiger mit ihrer... Was haben sie da jetzt schon wieder vor? Warte, warte, der General kam noch gar nicht, oder? Der General schon? Oh yeah, da ist er. Geht auf die Mucke ab, Leute. Scheiger Action. Sehr schön. Ja, Scheiger ist bestimmt, wie man eine gute Show auf die Beine stellt. Kann ich mir denken. Ah, derweil trinke ich ein Schlückchen Wasser. Mö, der letzte Schallgei. Mein Gott, die Parade ging aber ganz schön lange. Mein Gott, das sind Leuchtpilz-Toads. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja super praktisch. Ich meine, die sind schon nacht geworden da mittlerweile. Haben die Pflanzen eigentlich schon aus dem Blüten-Dingens? Ich meine, das ist wahrscheinlich schwierig, die irgendwie da abzuliefern. Ich meine, die müssen ja erstmal... Ah, stimmt. Die fehlen ja noch. Habe ich gerade vergessen. Die müssen ja erstmal umgetopft werden, quasi. Und das schlusslich bieten Mario, Peach und Twink. Schön. Und Peach sagt mal gerade irgendwas von wegen so Na, kommst du noch später mit nach Hause? Okay, ey. Super. Na, gehen die... Ah, die stehen dann noch. Okay. Die gehen echt einfach. Ja, tschüss, bis dann. Viel Spaß mit der Parade. Okay, ja, die kommen wirklich alle noch. Wunderbar. Warte mal. Ihr bringt sie wirklich noch nach Hause. Ich meine, ihr nehmt sie wirklich noch mit nach Hause. Ah, sie stellen sich davor. Okay. Ah, das berühmte... Da kriegt man auch wieder Super Mario World Flashbacks hier, Leute. Yay! The End. Mit einem schönen Feuerwerk feiern wir die neu gewonnene Freiheit vom Pilzkönigreich. Und so geht die erste Geschichte von Paper Mario schließlich zu Ende. Ach ja. Ich werde unsere ganzen Partner vermissen. Ein voran Bud und Lady Boo und eigentlich alle und Sushi. Ach ja. Schön, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr zugesehen habt bei diesem Projekt. Zu neuen Projekten habe ich euch bereits alles gesagt. Das meiste läuft eh schon. Arena in Sabor gibt es bald die Infos, die ihr wünscht, wenn sie nicht schon rausgekommen sind. Das kann natürlich auch sein. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin und See you next Mission.